Ich bin Heike Hess und Musik ist ein wichtiger Teil in meinem Leben. Musik hilft mir aus dem Alltag abzuschalten, wenn mal wieder Stress war oder Dinge waren, die mich belastet haben. Und mein Akkordeon ist dabei mein liebstes Instrument. Ich arbeite sehr gerne bei Palia Viva, weil ich Menschen ermöglichen kann, in ihrem gewohnten Umfeld zu leben und ich Spitaleintritte vermeiden kann, dadurch, dass wir 24 Stunden erreichbar sind über Picci. Musik 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 Vielen Dank.